Und dann gucken wir mal, ob wir diesmal irgendwie was vernünftiges, akkurates reißen. Abchecken, abchecken. Kommt keiner. Ist einer von mir gewesen. Stimmeli-Wups. Dann mach ich nämlich jetzt das, was die anderen Idioten nämlich auch gemacht haben. Da macht sogar einer mit. Nicht C einnehmen. Du, wir sterben. Boah. Vielleicht schaffe ich das, ja? Einfach von C zu A. Okay, die sollen jetzt erstmal Alpha einnehmen. Der Feind hat Alpha. Hellstorm unterwegs. Stirb der nicht von meiner Pissgranate, alter. Fick die Henne, meine Fresse nochmal, ey. Nimm das, du... Biatsch. Check. Granade. Torf vor, Junge. Dieser Verräter muss ausgemerzt werden. Ja. So kann man seine Kälze auch machen, ne? Sichern Alpha. Ich bin bei dir. Nein! Ich krieg das hin, Jungs. Ich reißen das. Hab ihn. Kein Ding für den King. Da, noch einen. Was ist der Nächste? Boah! Ah, sich putzer. Ich sich putzer. Was geht denn hier ab? Hab dich. Ich verliere, bravo. Der rennt durch Feuer. Läuft bei ihm, alter. Läuft. Wir verlieren C. Okay, wir verlieren C. Wo seid ihr? Ich nehm nicht alleine Alpha ein. Das könnt ihr knicken. Der Feind hat C. Gut. Wann da kann keiner kommen? Ja! Ergammelt der hinten im Auto. Nein! Oben in der Hütte. Oben in der Hütte. Läuft bei euch. Läuft bei euch. Okay, Charlie ist abgesichert. Oh, Kalle ist online. Alle weggenagelt hier. Alle weggenagelt. Feind hat A eingenommen. Vorräte erwarten Befehle. Das sieht gut aus. Macht mit der Mischung weiter. Bravo gesichert. Verbündete Drohne nähert sich. Dieser Verräter muss ausgemerzt werden. Geht er ab jetzt. Verbündete Hellstorm unter Wien. Ähm Junge. Weiter so in der nächsten Runde. So soll das sein. Das was die nämlich machen, kann ich nämlich schon lange. Diese Spawn-Gewichse, Alter. Geht an sowas von auf den Nerv, Alter. Mann. Kommt leider noch viel zu häufig vor. Aber sobald du da drin bist und das echt schaffst, da über zu überleben, kannst du da Punkte machen bis zum Abwinken, Alter. Wie die Todschimmeln, Alter. Das was die machen. Was gibt's? Könnt der Dröhnchen. Das kommt der Dröhnchen. Das hauen wir doch mal glatt raus hier. Schmackofatz. Will der hier rein? Nee, oder nee? Da will der rein. Hihihi. Oh ja. Den zünde ich jetzt nicht. Den zünde ich nicht. Nee, den muss ich jetzt noch nicht zünden. Ich muss ja vielleicht verdammt aufpassen, Alter. Vorräte in Bereitschaft. Das war, glaube ich, nicht sein Plan. Hinten wir absichern hier. Komm, 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 komm. Und jetzt? Oh, wie sieht ein Keitchen gekriegt? Super nice. Wir verlieren Bravo. Wir verlieren Bravo. Verbündete Kontordrohne nähert sich. Sichern Alpha. Wir verlieren Bravo. Drohne zerstört. War das einer von mir? Boah, hu. Jungs, ihr seid alle im Weg. So, zack, 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 zack. Drohne. Oh, 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 oh. Es tut mir leid. Erledigt. Verbündete Talon unterwegs. Drohnen Treibstoffkontrolle abgeschlossen. Oh, 22-8. Oh, was ist denn da los? Was ist da los? Was ist da los? Verbündete Hellstorm unterwegs. Nein. Fehler. Fehler. Fehler im System. Oh, mein Gott. Wer ist denn da los? Wer ist denn da los? Hab dich. Was? Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ja, hier hat ich. Bin ich weggeschnippelt. Was ist denn da so blöd? Was soll ich sagen, Junge, Alter? Was geht denn bei dir ab? Was fängst du denn aus mit Sneepern hier? Beide hier ist weggeschnippelt. So, holen wir hier mal so ein leckeres Pannöhnchen hin. Da sind noch welche im Fenster. Bei C. Oh, meine Fresse. Das sieht gut aus. Macht mit der Mission weiter. Der Feind hat C. 22, 12. Ich hoffe, nicht zu schießen, Junge. Geht mal dir. Komm, 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 komm. Komm. Komm, ab durch die Hütte. Wir verlieren Bravo. Weggenascht haben wir euch, Alter. Bäm. Ja, hiermit verabschiede ich mich mit einem 28 zu 12. Bäm. Vier Einnahmen. Drei verteidigt. So soll es sein. Ich verabschiede mich in dem Sinne. Jut, tschüss. Schönen Abend noch. Euer Easykiller. Ja. Geist. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich. Ja. Ja.